Ab heute gibt es etwas Neues bei Coolblue. Dein Mutter. Die smarte Sparassistentin in der Coolblue-App, die dir hilft, Energie zu sparen. It's raining men! Hey! So, das war's jetzt erstmal. Gewöhnliche Smart-Hermostate registrieren alleine deinen Verbrauch oder geben dir Tipps. Dein Mutter hat aber echt das Sagen über deinen Energieverbrauch. Damit sparst du, ob du nun willst oder nicht. Äh, äh. Zieh einfach einen Pulli an. Die Installation ist kinderleicht. Einfach das AI in deinen Zählerkasten klicken und deine Mutter kümmert sich um den Rest. Wir haben deine Mutter jetzt seit zwei Wochen und sie nimmt mir wirklich viel Arbeit ab. Seitdem ist unser Zusammenleben viel entspannter geworden. Weißt du, was auch Spaß macht? Ein Buch. Möchtest auch du mit deinem Mutter sparen? Melde dich jetzt in der Coolblue-App an und gewinne mit etwas Glück eines von tausend kostenlosen Starterpaketen. Ich möchte nicht hetzen, aber du solltest dich beeilen. So, das reicht jetzt.